so hier bin ich wieder ich war kurz essen doch wir haben die division jetzt geschafft es kommt die zweite jetzt müssen wir glaube ich schießen so und du beleuchtest so dass ich sie treffe da nehmt scheiße scheiße nein nein ok nochmal da ok denn hätten wir das war knapp das war echt scheiße knapp das schnelle nacht na los nicht zeit lassen jetzt ah 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 ok ok das hätten wir wo geht es denn jetzt weiter hier geht es weiter die tür eissapfen das hätten wir gleich was war das denn jetzt da hier aktivieren ihr legt noch kann das sein warum warum tut alles böses hier überleben das verstehe ich nicht auf jeden fall liegt da im magazin oder so tut mir leid moni du musst sterben auch wenn ich hunde mag du musst leider sterben tut mir leid tut mir leid tut mir leid ein andere hunde liebhaber aber ja ich habe keine wahl ich hoffe ihr versteht das kriege ich jetzt wie komme ich da jetzt an die munition ja gibst du jetzt ruhig ja der knurz sogar noch obwohl er tot ist krass so und wir kommen jetzt da rein da liegt moni ich will die moni das muss noch mal aktivieren oder was ne naja wir kommen da jetzt rein ich hab's jetzt umsonst getötet der ist schon wieder sie sind hier überall sind wir teilt jetzt hier sitzen sie auf einmal offen auf irgendeine mysteriöse weise oh gott angenommen die hunde wären noch drin gut dass wir sie ausgeschalten haben sonst wären wir jetzt hundefutter so müssen wir zurück oder und geht es hier weiter ja hier geht es weiter sehr schön so wo sind wir jetzt hier ist warm ja man ah na toll das bringt ja gar nichts wir haben ja schon die wärme warte 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 ich sagte warte verstehst du das wort warte nicht ich musste erstmal die richtige waffe wählen so ich wollte eigentlich diese waffe hier haben da ist wieder so ein schalter aktivieren aha jetzt ist hier die tür offen und hier ist es warm aha sehr schön okay damit kann ich leben so öffnen die tür so ich werde den zombie wird mal wiedersehen der uns geschossen hat da ist er aber habe ich dich getötet nein na komm her mach dich fertig aaah ich glaube es ist nicht gerade das Glück mit dieser waffe zu ballern ich nehme ein bisschen die mit zielfählenrohr mit der kann besser schließen so wir kommen jetzt so über ich glaube mal wir müssen nicht da rein scheiße hier geht's weiter über das rohr ok hüppah ok jetzt mal hier wieder ein neues Magazin oder beziehungsweise unser Magazin ist wieder voll hä warum kann ich da nicht weiter zu behalten nee Spaß ach du scheiße was ist das Polizei was ist hier los ah hier liegt ein Magazin einfach so komisch hier geht's nach unten und hier geht's raus oder ne guck mir das mal nach unten so jetzt ähm hier geht's weiter ok folgen zu hören ach nee ist da nicht so viel Energie wie es geht so uah ach nein ich bin wieder da nein uah sterb doch endlich sterb ich sterb uah denn was fein gelassen nein uah ne geistkragen so wo sind wir jetzt uah tja steb endlich also hier geht's weiter uah tja steb endlich also hier geht's weiter mein gott was hat denn der für mein gott was hat denn der für hm soll ich mich wärmen geht's hier überhaupt ja komm wenn wir schon mal da sind warum nicht nutzen wir alle ähm hilfsmittel in diesem spiel um weiter zu kommen und diese lampe war ein hilfsmittel da waren wir doch schon oder ich kann mich genauer erinnern das war für fünf minuten da waren wir auch hier hä hm m merkwürdig immer wieder nach unten hier ist anscheinend nichts was ist hinter der Tür verdammt hm hm vielleicht geht's ja hier weiter ne doch keine ahnung ich schau jetzt mal ah der hausmeister hier geht's hoch da hat jemand seine waffe liegen gelassen und seine munition was zum teufel oh nein da hat sich was bewegt oh ha 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 ey du hast keine Disziplin beim schießen einfach nur draufballen he da wär Kolos glücklich nichts für dich wenn du einfach nur draufballst auch keine Munition mehr wir haben sie genau verbraucht was für ein glück so bevor wir hier irgendwas machen boah so heiß was wohl nie krass ok oh ich bin zu behindert darüber zu jumpen ach ne muss es jetzt sein ach so wo ist er wo ist er da ist er da ist er jetzt aber nein 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 humiliation erst mal durchsaut mein Engel oh Gott ich hätte meine Axt wechseln sollen aber die findet man hier kaum aber die findet man hier kaum ich meine hier wird eigentlich nichts angezeigt außer die Wärmeanzeige ist jetzt mal wieder hier na gut na gut so hier ist es unten ich weiß gar nicht mehr so lang aufnehmen glaube ich ne 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 ist immer wieder hier da wisst ich glaube ich mache jetzt aufnahmepause und speichere erstmal Moment speichern so hier Angst ja das habe ich auch ok dann sehen wir uns gleich wieder oder bis zum nächsten Part servus Leute endlich geschafft endlich geschafft so jetzt wieder grüßlich bei cryo seizes ah 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 es geht schon mal gut los diese Aufnahme ist sehr schön ah 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 na toll ja das war die beste der beste Aufnahmestart den ich je hatte ah verdammt nochmal ich hätte auch nicht rechnen können dass da uns plötzlich so ein MG Fuzzi auftaucht und uns dann ähm mit ein paar Schüssen kalt macht wortwörtlich jetzt verstehe ich auch den Begriff kalt machen ok wir werden uns schon über kalt machen reden werden wir uns gleich ein wenig nämlich hier so für für den Gegner soll es reichen so mach es mal so damit es ein bisschen gutiger ist ah 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 ok das hat sich jetzt angehört wie eine Sirene Puh hat irgendwas gedroppt nö schade naja gehen wir zurück zur Wärmequelle oder wie auch immer es hört sich an es würde es jeden Moment hoch gehen ah hier ist auch eine ist die wärmer ja ist sie auch wenn es noch ein bisschen ist so wo geht es denn hier lang müssen wir überhaupt da lang ich schau mal aha sehr interessant aha aha automatisches Türschließsystem again ich geh mal wieder rein da kommen wir wahrscheinlich her da geht es bestimmt weiter da wohnt dieser Zombie bevor sie her kam oder ne ne oh mein Gott er ist durch die Wand gegangen ne 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 so äh hallo hallo Jemand da? Oh. Glut. Kevin setzt Glut ein. So. Oder kommen wir da her? Nee, sonst wäre das so... Ah! Geht doch! Ah! 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 Oh mein Gott! Wo die auch alle herkommen. So. Auf jeden Fall ist das selbe Waffe wie wir. Jetzt haben wir ein neues Magazin. Schnellen Dachladen. Okay. Wo geht's da? Lang? Ich dachte gerade, da bewegt sich was. Oder habe ich ein paar Schritte gehört? Eine Lampe! Oh. Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Ich hatte ja noch nie Angst. Seht's an meinem Minecraft Let's Play. Dann wisst ihr, dass ich noch nie Angst an einem Let's Play hatte. Puh. Kann man das hier? Ich bin zu behindert, diesen Schalter zu aktivieren. Hm. Wo geht's dann lang? Ich hab Ka, wo es jetzt lang geht, mal wieder. Das passiert uns ja nicht zum ersten Mal in diesem LP. Okay. Will was nicht gehen. Ne, ihr Kinder. Merkt euch das. Wenn was nicht gehen will, löst es mit Gewalt. Mit Gewalt. Oder auch nicht. Ich hab immer noch keine Munition von der Waffe hier. So gut, geh mal wieder zurück. Ja. Ich schrick mich doch nicht so. Meine Güte. Wollen wir im Dunkeln rumlaufen? Ja, warum nicht? Ja. Hä? Ah, da geht's hoch. Und? Es ist kalt. Ah! Ich bin die Treppe runtergefallen. Oh mein Gott. So, mal schauen. Na, so kalt ist es hier auch nicht. Und wieder ein paar... Ah, Munition. Ich dachte schon, das wäre eine Postkarte. Okay. Wo geht's hier lang? Ach ja, da waren wir. Ja, jetzt ein paar. Und sind... ...gestorben. Okay, wir können nicht mehr nachladen. So, ich glaub, die Leben müssen reichen für den Gegner. Können wir uns hier noch ein bisschen wärmen? Yep. Ah, es wird sogar immer wärmer. Geil. Hallo! Ersteck mich noch nicht so... Du verdammtes... Äh, Kalnister... Dings... Eistapfen! Ah! Oh mein Gott. Ah! Scheiße, keine Motion mehr! Ah! Nicht schon wieder! Das hat er doch im letzten paar schon... Nein! Eigentlich dauert es... Ich dauere mir zu lang. Hier! Das ist... Waffe! Gegen ihn! Fürs Erste! Solange wir keine Motion mehr für die M... ...gehaben! Ah, jetzt habe ich wieder Munition. Okay! So, hier ist der Schalter. Das sieht so aus wie Isaac aus. Dead Space. Oder? Hallo Isaac! Hast du deine Waffe liegen gelassen? Warte, ich heb sie dir schnell auf. Okay. Das ist nur das knisternde Lampe. Huh! So, wo sind wir denn jetzt? Licht! Hier, man funktioniert hier die Stromanlagen. Das wäre noch gruseliger, wenn hier hier gar keine Stromanlagen funktionieren würden. Wenn hier der Strom komplett ausgefallen wären würde. Oh, oh. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür, aber die geht nicht auf. So. Ach, an die Stelle. Okay, das war die Stelle. == Leib! == Läubigkeit ist, ja. == Läubigkeit ist, ja.